Hey Leute, was geht? In diesem Video zeige ich euch die drei Kammer-Symbole in The Dust. Das erste befindet sich nicht hier, sondern hier unten im Moonshiners Shack. Da rennt ihr einfach auf diese Säule zu, rennt rechts daneben her, schräg rechts den kleinen Hügel hoch. Das letzte Stück müsst ihr springen, dann nehmt ihr ein bisschen Anlauf, springt hier rüber und dann ist es hier an der Klappe. Das zweite Symbol befindet sich hier in Goose Roost, in diesem Helikopterlager ganz an der westlichen Seite. Da rennt er hier zu dem Start- und Landeplatz von den Helikoptern, geht hier an der linken Seite runter, unter die Plattform und dann ist es hier an der Decke. Und das letzte Symbol befindet sich hier auf dem Hoduck Speedway, hier unten. Dazu rennt ihr hier einfach die Treppe hoch, geht ganz rechts an dieser Mauer oder an der Wand vorbei, springt hier auf den Fels, rennt um die Ecke und dann ist es hier an der Wand. Bis demnächst. Ciao! Ciao!